Der große Preis von Belgien 1991 sollte für Michael Schumacher ein ganz besonderes Rennwochenende werden. Denn er bestritt sein Formel 1 Debüt. Er ersetzte Bernard Gachot, der ja einem Taxifahrer Reizgas ins Gesicht gesprüht hatte und somit ins Gefängnis musste. Michael Schumacher, muss man dazu sagen, hat sich so ein bisschen, ich sag mal, mit einer Notlüge in die Formel 1 gebracht. So hat er es ja auch, glaube ich, selber mal bezeichnet. Er hatte nämlich die Möglichkeit, als Eddie Jordan ihn gefragt hatte, ja, kennst du Spar? Und Michael war dort noch nie gefahren und er sagte, na klar kenne ich Spar, ist wie mein Zuhause. Dann wurde er zu Testfahrten eingeladen und er hat diese Strecke auf Anhieb beherrscht. Und Eddie Jordan ist einfach nur noch am Reden gewesen, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Aber es war so, Eddie, es war so. Michael Schumacher in seinem ersten Qualifying überragend, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Platz sieben. Mit dem Jordan hat seinen Teankollegen, der Cesaris, der deutlich gesetzter war, einfach mal distantiert und das bei seinem Debüt. Und Menzel, Senna und Co. fing schon an zu tuscheln. Wer ist denn der Typ da in der zu großen Overrolle und in der zu groß gebauten grünen Seifenkiste? Der ist verdammt schnell, der könnte uns gefährlich werden. Ja, so fing das Ganze damals an. Man sieht auch vorm Start, er redet bis zum Schluss mit seinen Leuten, wie man das Rennen am besten angeht, was er besser machen kann, wie er den Start vorgeht. Also wirklich Michael damals schon sehr, sehr teamorientiert. Der Start lief erstaunlich gut für ihn, muss ich sagen. Er ist ja vom P7 gestartet, ist dann bis auf Platz 5 nach vorne gekommen. Allerdings ging es nicht weit für ihn, denn nur, das war nach Urusch, ist ihm die Kupplung verraucht. Und somit war das Rennen nach knapp 500 Metern beendet, aber keiner hatte mehr Zweifel daran, dass da ein Top-Talent sitzt. Und ein Rennen später sollte er ja schon Verbändeten fahren. Der Rest ist Geschichte, das wisst ihr. Und Jordan hat aber auf jeden Fall den Grundstein für Michael Schumachers unglaubliche Karriere gelegt. Das Jahr 1999 war für Michael Schumacher absolut kein schönes Formel-1-Jahr. Denn in Silverstone zog er sich ein Beinbruch zu. Er hatte großen Druck, musste Mikke Herking in Punkte abnehmen und schoss dann mit 200 Stundenkilometern damals in die Mauer rein, brach sich das Bein und hatte eine lange, lange Pause. Und viele haben sich dann gefragt, kann er wieder an alte Leistung anknüpfen? Die letzten beiden Rennen vor Schluss ist er gefahren in Malaysia. Er kam sofort wieder zurück und fuhr über eine Sekunde schneller als der zweitschnellste. Und alleine das zeigt ja eigentlich, dass er nie weg war, wenn er überhaupt weg war, nur wegen seinem Beinbruch. Aber an der Geschwindigkeit hat es ihm absolut nicht geschadet. Und vielleicht sollte es dann irgendwo auch so sein, dass er dann wieder stärker zurückkommt. Im Rennen selber hatte er das Ganze eigentlich völlig unter Kontrolle. Und ich bin bis heute der Meinung, dass er das auch locker gewonnen hätte. Allerdings ging es für seinen Teamkollegen Eddie Irwin um die Weltmeisterschaft. Und so ließ er ihn kampflos vorbei und hielt es dann noch die anderen logischerweise auf. Unter anderem auch die McLaren, wodurch auch am Ende Ferrari erst disqualifiziert wurde. Die haben aber Einspruch eingelegt und dadurch war das Ergebnis dann doch fest. Und ja, Ferrari durfte noch auf den nächsten Weltmeister nach 20 Jahren hoffen. Michael Schumacher hat aber trotzdem mehr als bewiesen, dass er es immer noch drauf hat, hat bewiesen, dass er das Ding locker hätte gewinnen können und dass er auch eine super Nummer 2 ist. Und selbst Eddie Irwin sagte ja damals, er ist nicht nur eine super Nummer 1, sondern auch die beste Nummer 2. Und alleine die Aussage sagt auch schon alles. Michael Schumacher hat es bewiesen, wurde ein Jahr später ja auch zum ersten Mal Weltmeister mit Ferrari. Aber dort ließ er alle Kritiker verstummt mit diesem tollen Rennen. Der große Preis von Imola 2003 war nicht nur für Michael Schumacher ein tragisches Wochenende, sondern auch für seinen Bruder Ralf Schumacher. Denn die Mutter Elisabeth starb in der Nacht zum Sonntag in ganz, ganz jungen Jahren. Es war schwierig für die beiden, absolut. Es gab auch viel Kritik, ja, wie könnt ihr nur fahren? ETC, wo ich mir denke, das ist deren Entscheidung und sie haben ja selber gesagt, dass ihre Mutter das gewollt hätte, dass sie fahren. Und ja, da bin ich mir sicher, dass sie sich das nicht ausdenken und ja, dass sie auch natürlich im Moment an ihre Mutter gedacht haben. Michael startete von Platz 1, Ralf von Platz 2. Wäre natürlich schön gewesen, einen Doppelsieg einzufahren. Allerdings, Ralf Schumacher ist meines Wissens sogar in Führung gegangen nach dem Start. Allerdings haben die das mit der Strategie so ein bisschen versaut und seine Pace ist so ein bisschen eingebrochen. Michael war am konstantesten, hat das Ding, ja eigentlich das ganze Rennen muss man ja schon fast sagen, dominiert, hat, obwohl er so einen Schicksalsschlag hat, alle eigentlich fast kontrolliert den Grund und Boden gefahren und hat das Ding gewonnen. Und zudem war es noch ein wichtiger Sieg, denn er hat ja gegen Kimi Räikkönen in der WM gekämpft und brauchte dringend Punkte. Und so war es ein verdammt wichtiger Sieg für Michael Schumacher. Bei der Podest-Zeremonie, sage ich mal, oder bei der Pokalübergabe, sieht man auch gleich hier im nächsten Bild, dass Michael sehr, sehr ergriffen ist. Und ich glaube, er hat sich sehr, sehr zusammengerissen, nicht weinen zu müssen. Es gab auch kein Champagner und finde ich auch sehr, sehr gut, aus Respekt seiner Mutter gegenüber. Aber ich finde trotzdem, dass es ein großer Moment ist. In so einem Moment, deine Mutter ist gestern gestorben, du fährst trotzdem unter Druck das Rennen und gewinnst es trotzdem in einer Leichtigkeit. Das zeichnet einen Champion aus und es war einfach unglaublich. Der große Preis von Spanien 1994 sollte ein Rennen werden, wo Michael Schumacher seine Siegesserie, sage ich mal, ausbauen wollte. Er war super ins Jahr gestartet, hatte bisher alle Rennen gewonnen und auch dieses Rennen wäre machbar gewesen zu gewinnen. Machen wir uns nichts vor, auch wenn Damon Hill sehr, sehr stark war. Allerdings gab es da ein paar Problemchen ungefähr zur Mitte des Rennens. Er merkte auf einmal, dass sein Getriebe rumspann und er nur noch den fünften Gang zur Verfügung hatte, wodurch er erst mal Straight-Line-Speed verlor und beim Rausbeschleunigen natürlich auch Zeit verlor. Wo neun von zehn Fahrern gesagt hätten, ich stelle das Auto ab und ich retire das Auto, hat er sich innerhalb weniger Runden, weniger Minuten angepasst und konnte sogar zum Teil das Tempo vom führenden Damon Hill mitgehen. Und er hat wichtige sechs Punkte gesammelt und es war ein relativ ungefährter zweiter Platz, wo man aber noch zu sagen muss, Mika Heckingan hätte ihn kriegen können. Allerdings ging der McLaren-Pigot in Rauch auf, weil der Motor geplatzt ist. Das muss man sich mal verallgemeinern. Hätte Heckingan ihn überholt, wären das zwei Punkte weniger gewesen und dann wäre am Ende Damon Hill Weltmeister gewesen. Trotz des Ganzen hat Michael sich durchgekämpft und wie gesagt über die Hälfte nur im fünften Gang das Rennen absolviert und er hat sich auf dem Podium gefreut, als wenn er das Ding gewonnen hätte mit einer Runde Vorsprung. Was ja wirklich sehr, sehr erstaunlich ist. Im fünften Gang, das muss man sich mal verallgemeinern. Und das zeigt eben auch, wie krass Michael Schumacher damals war. Er ist sowas von schnell Lernfähig, kann sich sowas von schnell auf neue Situationen einstellen und das macht einen Champion aus. Deswegen ist das für mich Platz zwei in diesen wunderbaren Momenten von Michael Schumacher. Also kommen wir nun zu Platz eins. Die Saison 2002 war für Michael Schumacher eine historische Saison und ich würde sagen sogar mit seine beste, die er jemals absolviert hat. Ich hätte jetzt so viele Bilder nehmen können, eventuell sogar nehmen müssen, weil diese Saison von ihm einfach so viele Highlights hatte, so viele Podestplätze, ich betone Podestplätze, dass ich eigentlich hunderte Bilder reinnehmen müsste. Aber ich habe mich einfach aus Prinzip für dieses hier entschieden, alleine, dass wir ihn so sehen, wie wir ihn oft gesehen haben, wie wir ihn 91 Mal ganz oben auf dem Podest gesehen haben. Deswegen wird es bei diesem ersten Platz hier nur bei diesem Bild bleiben. Das Jahr 2002 von Michael Schumacher ist historisch und wird, denke ich, auch immer historisch bleiben. Er ist in allen 17 Rennen auf dem Podium gewesen. Elf Siege, fünf zweite Plätze, ein dritter Platz. Der war in Malaysia, meine ich, wo er den Renault am Ende noch überholt hat. Von Button war es, meine ich, der am Ende Probleme hatte, wo er noch so krass aufgeholt hat. Aber ansonsten, wie gesagt, er war immer auf dem Podium. Das hat bis heute kein einziger Fahrer mehr geschafft. Nicht mal einen Lewis Hamilton oder einen Max Verstappen. Sicherlich kann man jetzt sagen, okay, die haben auch mehr Rennen. Sicherlich. Aber dann kann man auch sagen, ja, Michaels Sieges-Rekord, ja, die haben ja auch mehr Rennen gehabt. Also, finde ich, kann man sich nicht drüber äußern. Fakt ist, dieser Rekord steht. Und diese Saison hatte auch sehr großartige Highlights natürlich, aber auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt mal sagen, ein bisschen Schmutz, muss man sagen. Gerade in Österreich, was da wieder passiert ist, dass Barrichello ihn wieder vorbeilassen musste. Dann gab es wieder eine Szene, wo sie in Indianapolis so dominant waren, dass sie zeitgleich über die Linie fahren würden. Und Rubens Barrichello das Ding ganz knapp gewonnen hat, wo ich bis heute der Meinung bin, das hat Michael mit Absicht gemacht, um Rubens den Sieg zu schenken. Da bin ich von überzeugt. Und es ist natürlich auch eine liebe und nette Geste von Michael. Und allgemein diese Saison, es war unglaublich. Er mit 144 Punkten, Rubens Barrichello mit 77. Das bedeutet 210, 221 Punkte. Damit hatten sie genauso viele Punkte wie das restliche Fahrerfeld zusammen. Also nur mal so zum Vergleich, wie stark dieser Ferrari war, aber wie stark auch Michael Schumacher war. Und deswegen für mich Platz 1 der besten und größten Schumacher Momente. Oder zumindest in diesem Top 5, die Nummer 1, muss man ja sagen. Er hatte ja viele großartige Momente, die man in einem Video gar nicht aufzählen kann. Zum Schluss möchte ich mich nochmal Michael selber widmen, auch wenn er das Video wahrscheinlich nie sehen wird. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber es geht ja noch. Und ich hoffe, du kämpfst weiter. Ich hoffe, du wirst noch ein langes, glückliches Leben haben. Dass es dir, deiner Familie gut geht. Und dass wir deinen Sohn auch schnellstmöglich wieder in der Formel 1 sehen. Und ja, ich hoffe, dass du irgendwann noch wieder ein völlig normales Leben führen kannst. Und ja, dass die 10 Jahre natürlich kein schönes Jubiläum sind nach dem Unfall, ist natürlich klar. Aber wie gesagt, ich wünsche dir und deiner Familie, wie gesagt, alles das Beste. Und wir erinnern uns an die glorreiche Zeit, die wir mit dir hatten. Die Freude, die du uns geschenkt hast, das kann uns keiner nehmen. Vor allem nicht diese schöne Erinnerung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniere nicht vergessen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.